ist mir aber auch ist mir in dem Sinne aber auch Schnurze also ist mir echt Latte ich finde ihn als Mensch interessant also er hat etwas geschafft was viele youtuber gerne schaffen würden nicht von den Abo zahlen also Abo zahlen mal gleich überhaupt nicht also da da spiele ich gar nicht drauf an was ich meine er hat was geschafft mit dem wir es macht dass er auch wenn er mal ein halbes jahr oder länger kein video macht leute so faszinieren kann oder anlinieren kann je nachdem wie man das jetzt nennen möchte dass trotz dieses immensen zeitraum ist wo er dann kein video macht leute kommen und ihn wieder feiern seid mal ehrlich wie viele leute schaffen das wie viele leute schaffen es dass man ein halbes jahr weg ist und kaum zuschauer einbüßt er sogar noch gewinnt dabei weil man so also für ihn was für die branche mit cod und so authentisch rüber kommt er kommt wie ein schwitzer und er ist in mancher hinsicht wahrscheinlich auch ein schwitzer ist also es ist an die branche wie viele leute schaffen das dass sie so authentisch rüber kommen ohne ohne groß aber verluste zu machen nach solchen aktion jeder normale youtube jeder kleine youtube die ihren gewohnten ablauf sein lassen haben immense aber verluste haben auch einen immensen image verlust wenn ein kronk nicht mehr seine videos bringt sondern wirklich mal ein halbes jahr weg wäre wird es wahrscheinlich die wenigsten jucken sagen sie okay in der auszeit bei sarasa der dann von gaming eine zeit lang extrem weg gegangen ist wenn man nur mal die view zahlen schaut die sind im gegensatz zu früher extrem rückläufig finde ich sie sind immer noch hoch der immer noch eine immense fanbase steht gar nicht in frage stellen er hat halt auch seine abonnenten aber im gegensatz zu früher wo wirklich permanent content gebracht hat und das reisen er so das hobby war hatte immense verluste gemacht was klicks und abos angeht abos weiß ich nicht mal aber klicks hatte immense verluste gemacht da wo andere in seiner größe nach boah ich das ist so schätzt fragen weil so weil ich diese zahlen selber null habe und ich sehe es bloß immer wenn ich gerade meine aboliste aktualisier und wer gerade wieder neues video gepostet hat und dann aktualisiere ich und was ist ich weil er hat vor zwei drei stunden im video raus gehauen im gaming video und auf einmal sind da 7000 klicks drauf wenn ich nach zwei stunden 7000 klicks hat würde ich freuen sprünge machen sowohl dazu also das habe ich auch nicht beim besten will nicht meine rekord war mal alle zwei tage bei einem einzigen video waren es alle zwei tage über monate hinweg 1000 klicks alle zwei tage also das war für mich damals war viel aber für große youtuber die würden sich kaputt lachen alle zwei tage 1000 klicks geht ja gar nichts nach aber für mich war das viel klar für große youtuber da ist das echt nichts aber ich finde es irgendwo schade auch viele abonnieren leute und schauen kein videos ist mir extrem bei traster smart trash tasmani aufgefallen frau ist bombe die ist unterhaltsam wahnsinn gerade was horror games angeht super also ich glaube ich habe schon ich glaube ich suche jedes ihre horror games aber dafür dass sie halt gut über 100.000 abonnenten hat geht halt relativ wenig nach finde ich also für 1000 abonnenten finde ich das schon sehr sehr mau was sie was sie an abozahlen hat ich glaube ein schluss gerade daher das ist unglaublich für 1000 für über 100.000 abonnenten ist es traurig dass sie so wenig klicks hat also das klar vielleicht bietet sie den leuten nicht mehr den content den sie gewollt haben damals bei ihr in der heutigen zeit ich sag es echt ist es alles möglich du kannst kleinigkeiten falsch machen und du bist out of business gerade 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 was youtube angeht es ist zum kotzen war nicht in mancher hinsicht ich fand es zum beispiel gar nicht schlimm also ich schaue ihre horror let's play so liebend gerne an pandora sowieso was horror angeht auch immer gute wahl aber für über 100.000 abonnenten was sie hat die sie mal in ihrem leben generiert hat wie auch immer ist sicher scheißegal sie hat durch ihre art durch das was sie tut einfach 100.000 abonnenten bekommen über 100.000 abonnenten bekommen dafür ist ihr kanal eine ziemliche flaute geworden wenn man so das nennen möchte und das ist ein bisschen schade sehr sehr schade das ist definitiv schade ja da war gerade einer ganz gut unterwegs der lässt die kiste schon hoch drehen er ist schon straßen weiter und man hört ihn einfach immer noch hören ich liebe motorrad fahren aber liebe liebe leute mit 100 oder so durch eine ortschaft zu donnern ist nicht cool und vom sound her war entweder die db killer draußen oder er war einfach viel zu schnell gerade alter war das laut so kicken wir mal es schaut relativ ruhig aus und wie man sieht wir haben es schön eingeebnet und das heißt wir machen jetzt den rest auch noch also die session ist jetzt definitiv noch einen tacken länger also die ist jetzt nicht eine stunde vorbei oder so sondern wenn es nach mir geht geht die heute mal drei drei vier stunden wie ich zeit habe ach gott scheiße ne ähm die session soll länger sein also das ist auch meine volle absicht also so wo bist du mit dem was du jetzt verloren hast kann ich mich jetzt wieder schön brav kann ich kohle ist machen mit dem was sie jetzt angebekommen haben und natürlich die punkte ganz wichtige teil bei minecraft ich hoffe einfach mal die spitzhacken reichen wie reichen wir ja genau deutsch sprach schwer sprach ich schon immer wusste dann können wir das hier schön mit erde auffüllen können da hinten die höhlen dann langsam auch mal zu machen die höhle lasse ich jetzt einfach über beleuchtet also ich habe keinen bock jetzt da mich mit der scheiß höhle rum zu ärgern dass ich da die komplett zu mache ich verbarrikade einfach den eingang und lass innen drin die fackeln stehen in der hoffnung einfach dass nichts da drinnen spawnt so und entweder ich werde jetzt gleich wieder auf erde stoßen habe ich das gefühl ich werde jetzt Crypto ich werde jetzt hui 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 ich bin ja nicht blöd ich sammle die erde extra nicht ein weil dann müssen sie ja nachher wieder pflanzen das wäre ja bescheuert so jetzt geht es auf jeden fall schon mal aufwärts wir sind bald durch jetzt brauchen wir auch keine eisenspitzhacke mehr für den rest craften da wird es zur not jetzt eine steinspitzhacke oder zwei auch tun meine meinung zumindest meine meinung zählt hier irgendwie noch nicht ganz ehrlich support ist für den youtuber meines erachtens wichtig wenn ihr wirklich leute mögt dann support dass ihr mögt dass sie nicht dann deabonniert sie einfach am besten weil das abo bringt nichts so rein das abo und dann gucken ist für den arsch